Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full Face mit den Chic Glam Produkten für dich. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen mal so ein bisschen was in meinem Gesicht auszuprobieren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe schon mal so ein Full Face Chic Glam geschminkt und muss sagen, dass ich wirklich positiv überrascht war. Und jetzt hatte ich kürzlich SheIn mich angeschrieben, ob ich Bock auf eine Fashion Kooperation hätte. Und da habe ich gesagt, nee, sorry, tut mir leid, ich mache keine Fashion Hauls mehr. Und dann haben die gesagt, Mensch, überhaupt kein Problem. Hast du vielleicht Bock ein bisschen Make-up von uns so auszuprobieren? Gerne. Dafür bin ich hier gerne da. Und ich starte die ganze Show einfach mal mit einem Primer. Ach so, ich habe auch einen Code dann wahrscheinlich. Wenn ich eine Kooperation habe, dann bekommt ihr die Produkte auch noch ein bisschen günstiger. Ist eigentlich auch immer eine ganz gute Nummer. Müsste so sein, dass ich einen Code habe, dann blende ich euch den mal mit ein. Verlinke euch auch den Code und die ganzen Produkte in der Infobox. Zuallererst habe ich hier den Birthday Skin Primer. Das ist total hübsch. Also diese Verpackung finde ich total schön. Kommt auch mit einem Spatel daher. Und ich kam eben nicht drumrum. Ich habe direkt reingepackt. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt manchmal, wenn man so Konsistenzen sieht. Wenn man Oberflächen sieht, man muss draufpacken. Und das ist unglaublich. Und das ist halt so ein Putty Primer im Prinzip. Also das soll auch die Poren verfeinern und die Haut ein bisschen ebenmäßiger aussehen lassen. Flawless und so. Das ist aber bei weitem nicht so hart, wie ich dachte. Das ist dann doch relativ cremig. Und das gebe ich mir jetzt einfach mal auf meine Haut auf. So, jetzt habe ich auf dieser Seite mal den Primer aufgetragen und auf der Seite nicht. Hm, sehe ich da einen großen Unterschied? Es sieht schon ein bisschen verfeinerte aus hier auf dieser Seite. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, oh mein Gott, diese Seite sieht aus wie gephotoshoppt, oder? Was meint ihr? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass die Haut sich mit dem Primer etwas weicher anfühlt. Also da stimme ich auf jeden Fall überein mit der Produktbeschreibung. Jetzt habe ich die Foundation. Ich hatte ja die mit der schwarzen Kappe, glaube ich, auch schon mal mir bestellt. Die habe ich auch da und die finde ich richtig gut. Hier habe ich jetzt die She Glam Skin Finite Hydrating Foundation. Die ist in der Farbe Fair und auch die kommt mit so einer Glasverpackung daher. Und sieht wirklich sehr ansprechend aus, finde ich, ne? Hochwertig, nicht so billo-billo. Und auch der Primer, der hat überhaupt keinen Duft. Die Foundation wird ebenfalls keinen Duft haben. Das ist unglaublich und das finde ich sehr, sehr positiv. Die She Glam Produkte sind übrigens tierversuchsfrei. Das ist auch noch wichtig, glaube ich. Okay, man musste sie vorher gut schütteln, das habe ich getan. Und die Foundation ist auch relativ flüssig, ne? Also die fließt meine Hand hinunter und sieht gut aus. Also die Farbe gefällt mir gerade echt gut. Und die tupfe ich mir jetzt einfach mal so in mein Gesicht. Yo! Guten Tag! Guten Tag! Ich bin wieder da. Ja, sie ist wieder da. Das ist nicht schuldig? Ja, ne? Ja. Das ist mal ein Farbmatch. Guckt euch das an. Richtig geil. Die deckt schön ab, ebnet an und gefällt mir tatsächlich auch richtig, richtig gut. Und jetzt mache ich noch die andere Seite drauf und dann wird das Ganze eingeblendet mit einem Schwämmchen. Man muss auf jeden Fall die Foundation nochmal mit einem Schwämmchen einblenden, weil das mit dem Pinsel war für mich jetzt zu streifig vom Ergebnis her. Die Deckkraft würde ich eher als natürlich bezeichnen. Also Pickel kommen durch, Muttermale kommen durch, Rötung kommen durch, Sommersprossen kommen durch, also eher eine leichte Deckkraft, ne? Aber für mich persönlich ist es vollkommen ausreichend und eigentlich auch genau die Deckkraft, die ich gerne erreichen möchte, wenn ich mich schminke, ne? Weil ich gebe ja auch nachher noch andere Produkte drüber, da brauche ich gar nicht so dieses Full Full Coverage. Und das Finish gefällt mir, das ist wirklich hydratisiert, hat sich gut mit dem Primer vertragen und macht ein schönes, ruhiges Hautbild, ne? Also mir gefällt das richtig gut, was die so gemacht hat. Setzt sich nirgendwo blöd ab, hat sich schön mit der Haut verbunden, sieht aus wie Haut, kann ich mich nicht beschweren. Jetzt kommt ein Concealer zum Einsatz, da weiß ich nicht, ob die Farbe passt, ich hoffe. Ähm, auch natürlich von Chic Glam, äh, Verse Tile Flawless Concealer, total spektakulär. Äh, welche Farbe habe ich denn hier? 25 Gramm sind hier drin, wow. Finnland ist die Farbezeichnung, sieht so aus. Ja, und 25 Gramm ist natürlich richtig, richtig viel, da hast du fast so viel drin, wie in manch einer Foundation, ne? Das Wahnsinn, hat hier so ein Rausdrückvieh. Gebe ich mir erstmal so ein bisschen was drunter. Huch, da kommt immer mehr raus. Schnell zumachen. Das Ding, die Tube steht unter Druck, ich sag euch das. Huch. So, das arbeite ich mir jetzt einfach mal mit dem Schwämmchen hier ein. Auch hier haben wir eine, ähm, leichte Deckkraft unterwegs, ne? Also das ist nicht mattiert, das ist eher brightened, also dass du quasi dann auch so Strahlkraft hast, dass es halt ein bisschen speckiger ist, ne? Mag ich richtig gerne leiden. Ähm, auch meine Haut, die hat einen Glow, Leute. Aber nicht so Glitzerglow, das ist unfassbar schön, also richtig natürlich gerade das Ganze. Auch der Concealer gefällt mir. Ähm, cool. Bevor ich jetzt zum Puder komme, habe ich hier noch eine Palette. Das ist die Dune 3D Pro Face Palette. Und da habe ich einen Cremeton drin. Den möchte ich ganz gerne jetzt schon mal so ein bisschen auftragen. Wir haben hier vier verschiedene Töne drin. Zwei Highlighter, einen, ähm, ja, Bronzer, einen sehr warmen Bronzer und einen Creme-Highlighter, der halt auch wirklich ein bisschen dunkler ist, ne? Also hier sehen wir auch tatsächlich die Töne. Und, ähm, da werde ich mir jetzt auch diesen Highlighter tatsächlich nehmen, mit sehr viel Goldanteil drin. Und, äh, den gebe ich mir gleich mal auch auf die Wangen auf, dass ich da schon mal so ein Glow from Below haben werde. Nehme ich jetzt den gleichen Pinsel, mit dem ich die Foundation auch aufgetragen habe und gebe mir den so an die höchsten Stellen von meiner Wange. Und auch wenn die Foundation an sich ja auch schon am Glowen ist und so für sich sehr gut dasteht, gibt das nochmal so einen On Top. Mag ich sehr gerne. Jetzt habe ich ein Produkt und das ist total spektakulär. Insta Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo. Also das sind quasi, ne? Das ist ein 2-in-1-Produkt. Wir haben hier oben ein gepresstes Puder, was man quasi fürs ganze Gesicht nehmen kann. Und das ist so in Translucent, also in, ähm, also ich habe die Farbe Bisque gewählt. Aber ich glaube, die Farbe Bisque bezieht sich dann eher auf das lose Puder, was hier unten drin ist, wenn man das nämlich so aufschraubt, hat man hier dieses lose Puder drin. Finde ich mega geil, total aufregend. Ähm, ja, und, äh, ich weiß jetzt noch nicht genau, wo ich dann das Puder hinmachen soll. Weil hier in den Deckel geht ja schlecht, ne? Muss ich mal schauen. Vielleicht doch. Ach so, das kommt schon so ganz gut rausgeschossen. Ähm, mache ich nämlich gerne dann mit meinem Schwämmchen einfach mal, dass ich da das lose Puder aufnehme und dann direkt einfach mal unter meinen Augen sette. Dann drehe ich das jetzt mal wieder zu und nehme mir das gepresste Puder. Und da habe ich auch einen Spiegel drin. Also eigentlich ein total gutes Produkt zum Verreisen. Und, ja, sette damit einfach mal mein Gesicht. Aber es wirkt jetzt ein bisschen trockener, ne? Also die eben so schön glowy gewesene Foundation und Geschichte und so, ne? Ist jetzt furztrocken im Gesicht, jedenfalls optisch. Fühlt sich aber immer noch hydratisiert an. Mein Gesicht, das, was? Ähm, ja, aber so, ne? Schönes Ergebnis. Schön. So, dann nehmen wir uns mal wieder die Dune Palette vor. Denn da habe ich ja den Bronzer, den ich gerne verwenden möchte. Da gehe ich jetzt sehr, sehr vorsichtig mit um, ne? Nehme ich auch den Pinser, den ich eben zum Abpudern genommen habe. Klopf gut ab und, ähm, trage mir den jetzt einfach mal so ein bisschen auf. Und das ist halt kein Konturpuder, ne? Der ist halt etwas wärmer, etwas ist gut. Also ich sehe schon, wie rötlich der ist. Ähm, da muss ich halt echt mit aufpassen. Ist halt vollkommen außerhalb meiner Komfortzone. Ich trage jetzt auch schon mal, trage ich jetzt schon mal? Nein, ich trage jetzt den Blush auf. Den habe ich hier. Das ist der Insta Flame von She Glam natürlich. Lightweight Mud Blush. So sieht die Verpackung aus. In Kontrast zu der Verpackung von der Foundation ist diese Blush-Verpackung doch etwas billiger, ne? Also das mag ich jetzt nicht so ganz so gerne. Hier haben wir einen Farbverlauf drin von dem Blush, was ich sehr geil finde. Erfahrungsgemäß sind die Blushes übrigens sehr, sehr krass pigmentiert. Deswegen gehe ich da auch nur wirklich vorsichtig rein, ne? Ein bisschen abklopfen. Und dann trage ich mir den Blush hier einfach auf. Schön frühlingshaft, ne? Frisch mag ich gerne leiden. Harmoniert auch gerade extrem gut mit dem Bronzer. Also das geht echt in eins so über. Das funktioniert gerade richtig gut. Mag ich gerne leiden. Wirklich, ne? Also das ist ein schönes Blush-Ergebnis tatsächlich. Und jetzt nehme ich mir hier auch den Highlighter. Das ist der hier unten in der Ecke, den ich gerne verwenden möchte. Denn der dürfte farblich auch ganz gut passen. Blaschen abklopfen. Oh ja. Der ist intensiv, Leute. Da kommt auf jeden Fall was um die Ecke. Ich persönlich finde den Highlighter jedoch etwas zu glitzernd und zu gold. Also das ist schon sehr bam in your face, ne? Das sieht man auch richtig krass, ey. Und ja, da hat man halt grobe Schimmerpartikel mit drin. Ist nicht ganz meine Welt. Oh ja, jetzt kommt ein Produkt zum Einsatz, was ich auch schon mal leer gemacht habe. Finde ich richtig geil. Augenbrauenstift von Chic Lame. Habe ich in der Farbe Blond. Der Skinny Brow Pencil. Der ist wirklich, wirklich geil. Kann ich euch mega empfehlen. Hat eine richtig tolle Farbe. Hier haben wir ein Spoolie dran. Und auf der anderen Seite ein wirklich, upsala, falsche Richtung, präzisen Augenbrauenstift. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle, passende blonde Farbe für mich. Ja, im Sommer wird das noch ein bisschen besser passen, weil meine Haare dann auch etwas mehr goldener sind und weniger dieses Aschige haben. Denn man sieht jetzt ja auch, dass wir bei dem Augenbrauenstift einen etwas wärmeren Blondton erwischt haben. Aber ich finde den sehr, sehr schön. Damit kann man toll malen und die Augenbrauen halt betonen oder halt Lücken füllen und so weiter. Ich mag den sehr gerne. Jetzt kommen wir zu einer Lidschattenpalette, die mich richtig angesprochen hat von ihrer Farbkonstellation. Und zwar ist das die Mexico City Stay Fuego Palette. Woran erinnert sie uns? Ja. Ja, die Essenspaletten, City Paletten sehen dem Ganzen doch schon sehr ähnlich, beziehungsweise das ehemalige Design von denen. Mittlerweile sind die ja auch ein bisschen anders aufgemacht. Ich finde die hier aber künstlerisch total schön. Also sehr, 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 sehr cool. Und wenn wir die aufmachen, sehen wir diese Töne. Und die sind ja wohl mal der Hammer. Also extrem schön. Genau das, was mich aktuell auch anspricht. Ich mag richtig gerne dieses Gelb-Grünliche. Das heißt, ich werde mich auch vor allem an der oberen Reihe aufhalten. Wir haben aber auch natürliche Töne hier mit dabei. Und ja, ne? Schreibt nach einem coolen Look. Auf geht's. Ich starte einfach mal mit diesem Gelb. Das ist A Maze, nennt sich das. Sieht so aus und ist ein matter Ton. Und den platziere ich mir grob auf meinem beweglichen Lid. Geht auch ein bisschen ins Orangestichige, ne? Also das ist nicht ganz hellgelb, nicht ganz sonnengelb. Dann nehme ich mir einen Blendepinsel und den Ton Guacan Roll. Das ist halt, ja, so ein, ja, tatsächlich Avocado-Farben-Ton in Matt. Und damit möchte ich mir ganz gerne das Ganze in die Lidfalte beziehungsweise etwas oberhalb der Lidfalte ausblenden. Hm, dieser Grünton scheint jetzt nicht so die größte Pigmentierung, oder so zu haben. Also, ne, das sieht nicht so grünmäßig aus, wie ich das gedacht hätte. Ist halt auch eher gelblicher. Naja. Dann nehme ich mir halt einen Ton, um das Ganze nach außen hin zu vertiefen. Und das ist der Ton Cha Cha Chili. Der schaut so aus und ist ein schönes Grün. Was aber auch so einen Blaueinstich hat. Auch da nehme ich den Blendepinsel für. Und den setze ich mir hier außen hin. Das würde ich mal als grün bezeichnen, ne? Also, äh, ja. Interessanter Look. Ähm, mag ich aber richtig gerne. Also, das ist aktuell so voll mein Vibe. Und dann nehme ich mir jetzt dieses Make State Mind. Das ist dieser Mint-Ton tatsächlich. Für den unteren Wimpernkranz. Und außen hin gebe ich mir auch ein bisschen was von diesem Grün, von dem Cha Cha Chill hin. Und da sind wir auch schon bei den schimmernden Tönen angelangt. Da möchte ich zuallererst diesen Ton Cactus Glow nehmen. Das ist dieses schöne Grün. Und, äh, den trage ich mir auf mein Zentrum auf. Also direkt hier möchte ich den gerne haben. Da ist dieser Pinsel, glaube ich, aber nicht ganz so geeignet für, ne? Da kommt nicht viel aufs Auge drauf. Das geht am allerbesten mit einem Finger. Ja, für mein inneres Drittel verwende ich, äh, ich weiß nicht, ob ich diesen Pinsel nehme, muss ich mal gucken, Good As Gold. Das ist dieser Schimmerton hier, der eigentlich für Innenwinkel, inneres Drittel und so für mich persönlich prädestiniert wäre. Und das kommt auch gut aufs Auge. Mag ich. Das ist doch echt mal hübschi, oder? Also da kann ich mich jetzt überhaupt nicht beschweren. Das sieht gut aus. Und das war echt einfach, ne? Also ich habe keinen Fallout. Die Töne haben sich schön auftragen lassen, schön miteinander verbinden lassen. Doch, schöne Geschichte. Beim Eyeliner wurde mal so richtig nachgedacht. Und das finde ich cool. Das ist der Do-It-All-2-in-1 Eyeliner. Wir haben hier auf der einen Seite einen klassischen Eyeliner. Das ist auf dieser Seite. Der schaut so aus. Der ist aber ein bisschen dicker, ne? Also das sehen wir auch hier. Da kannst du sehr breit mitmalen. Ich bin mal gespannt, wie ich das hinkriegen werde. Und auf der anderen Seite haben wir ein Korrektur-Vieh. Das finde ich so geil. Also wie oft verkacke ich meinen Wing? Muss ich wirklich sagen. Und da hast du halt direkt so ein Ding mit dabei, ne? Finde ich klasse. Und jetzt mache ich mir damit mal einen Eyeliner. Sieht auch so witzig aus, ne? Da kannst du in der Mitte so durchgucken und so. Aufregend. Also so präzise kann man damit malen. Ich bin mal gespannt, ob ich das auf der anderen Seite auch so hinkriege. Aber das ist schon mal krass, finde ich, ne? Also da bin ich sehr, sehr fein geworden. Und, äh, hm. Ja, das ist immer so die Sache mit. Auf der einen Seite anfangen, dann geht's auf der anderen Seite weiter. Mal schauen. Natürlich bin ich hier jetzt ein bisschen dicker geworden. Das ist irgendwie gefühlt immer. Ich finde es eigentlich schöner, wenn das ein bisschen dicker ist, ne? Egal. Ich nehme mir jetzt hier mal die Korrektur-Seite. Weil ich habe hier oben so einen kleinen Dot drüber gemalt. Und ich gucke mal, ob ich hiermit auch den Lidschatten... Wahrscheinlich nehme ich auch den Lidschatten damit runter, oder? Und ich hier oben so ein bisschen versuche zu korrigieren. Was übrigens richtig gut funktioniert. Ei, ei, ei. Ja, dann nehme ich natürlich den Lidschatten auch mit runter. Aber es funktioniert halt wirklich gut, ne? Das kann ich nicht anders sagen. Hammer. Hätte ich nicht mit gerechnet. Also, es lässt sich korrigieren. Das sieht jetzt natürlich nicht perfekt aus. Aber ohne Witz. Perfekter als so gut wie alles andere, was ich sonst so versucht hätte, ne? Gefällt mir. Guter Eyeliner. Bisschen schwierig, das anzuwenden, ne? Also diesen dicken Eyeliner. Dann drehe ich den auch immer mal so ein bisschen, damit ich dann auch wirklich feine Linien damit zeichnen kann. Aber es funktioniert wirklich besser als gedacht. Ich habe zwei verschiedene Mascaras, die ich gerne mit euch zusammen ausprobieren möchte. Denn das waren beides neue und ich wollte sie einfach mal beide gegeneinander antreten lassen. Einmal die Long At Last Mascara und die Max Impact Mascara. Das sind diese beiden. Die sehen doch sehr ähnlich von der Verpackung her aus. Natürlich hat die verlängernde Mascara ein Gummibürstchen, was tannenbaumförmig ist. Und die, die Volumen geben soll, hat ein Kunstfaserbürstchen, was so erdnussförmig ist. Also im Prinzip schwierig, die beiden gegeneinander antreten zu lassen. Aber ich wollte einfach mal sehen, wie die so auf den Wimpern wirken. Dass ihr dann auch theoretisch entscheiden könntet, worauf ihr einfach mehr Bock hättet. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass die verlängernde Mascara irgendwie ein besseres Ergebnis gemacht hat. Und auch wenn man sich das aus der Nähe anguckt, dann fällt einem das noch ein bisschen intensiver auf. Also die verlängernde Mascara hat auch verlängert. Sie hat getrennt und sie hat es wirklich schön gemacht. Mehr als drei Schichten würde ich auf gar keinen Fall auftragen. Zwei hätten eigentlich auch hier schon gereicht. Aber ich trage immer drei Schichten bei Mascara auf. Deswegen wollte ich das einfach mal vergleichen. Und die Volumen-Mascara. Ja, die verklebt dann doch etwas. Also ich hätte erst gedacht, dass sie halt gar nicht verklebt. Aber jetzt in der dritten Schicht ist es schon so, dass die einzelne Wimpern zusammenkleben. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich hier jetzt vielleicht nochmal ein bisschen was von der Gummibürstchen-verlängernde Mascara drüber gebe, dass das geil wird. Weil das ist ja meistens der Fall, dass wenn man so Volumen-Mascaren mit einer Mascara kombiniert, die so ein Gummibürstchen hat, dass das Ergebnis dann nochmal ein bisschen verfeinerter wird und dann die beiden Ergebnisse sich gegenseitig maximieren. Wobei, wenn ich das jetzt hier so angucke, kann da nicht mehr so viel gerettet werden. Wahrscheinlich, weil ich zu lange gewartet habe. Aber da hätte man wahrscheinlich eine Schicht so, eine Schicht so. Außer Entfernung war, war, kann man nicht anders sagen. Das ist krass, ne? Aber wenn ich mir das von nahem angucke, sieht man schon wie, ja, zusammengepfercht die Wimpern sind. Aber also die hier, die finde ich richtig geil. Die verlängernde Mascara. Lippenprodukte gibt es bei She Glam auch super viele unterschiedliche. Ich habe mich jetzt für dieses hier entschieden. Das ist Thanks Just Bought It. Fand ich einfach witzig. Ähm, She Glam Creamer Allure Lipstick. Creamer Allure, okay. Ja, sieht so aus. Finde ich total schön. Und das ist halt auch so magnetisch, ne? Oh, lieben wir. Und das hat halt so einen schönen bräunlichen Nude-Ton. Und guck mal, wie schön das aussieht. Allein von hier, ne? Von diesem Applikator her. Mag ich. Riecht nach nichts ungefähr. Das sieht einfach aus, als hätte ich gerade einen Schokoladenkuchen gegessen, finde ich. Für mich persönlich ist das ein bisschen zu dunkel auf den Lippen. Aber, ähm, ja, für mal kann man auch mal ein bisschen dunklere Lippen tragen. Das sieht wirklich aus, als hätte ich gerade Schoki gegessen, oder? Finde ich ziemlich witzig. Mh, macht sehr weiße Zähne. Mag ich gerne leiden. Passt auf jeden Fall auch zum Look. Und ich muss im Allgemeinen auch sagen, dass mir die Produkte wirklich gut gefallen haben. Bis auf diese Bronzer-Highlighter-Palette wird auch sehr wahrscheinlich alles bei mir bleiben. Ähm, tatsächlich, ne? Sammy ist schon eingeschlafen und schnarche ganz entspannt vor sich hin. Das ist süß. Das ist einfach süß. Und hier nochmal die Erinnerung. Denkt an das Buch. Sammy endlich ankommt, ne? Hm. Ja. Ja, auf jeden Fall, mir gefällt der Look. Ich fühle mich wohl, so wie es aussieht. Und, äh, ja, das war's dann. Huch, jetzt habe ich einen Pinsel gehauen. Entschuldigung. Das war's jetzt auch hier von mir und meinem Full-Face-Full-Face-Full-Face-She-Glam-Video. So. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir auch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkis. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.